Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, ich sitze im Büro und wir haben heute für euch mal wieder ein Frage-und-Antwort-Video vorbereitet, denn es kamen jetzt doch über die Zeit wirklich ein paar Fragen zusammen und ich dachte, es wäre mal wieder Zeit, dass wir die alle beantworten. Viel Spaß und los geht's nach dem Intro. So, also wir starten direkt mit der ersten Frage, die kam von S. Bei einem anderen Kanal wird die Überprüfung immer im ungegurteten Zustand gezeigt. Warum ist Gurten so wichtig? Oder warum ist das Gurten wichtig? Da bezieht es sich darum, dass der Sattel quasi im ungegurteten Zustand beurteilt wird. Also ich bin der Meinung, oder ich kenne es auch von den ganzen Herstellern, die sagen, Sattel immer im ungegurteten Zustand beurteilen, denn es gibt verschiedene Sattelbäume, die einfach den Gegendruck brauchen, um ordentlich auf dem Pferd zu liegen. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen Stüppensattelbaum. Der Stüppensattelbaum kann sich ja quasi nochmal über die Gurtung noch ein bisschen nachgeben und öffnet dann vorne und hinten, also sprich vorne und hinter Zwiesel, öffnet er noch ein bisschen, um so nochmal besser am Pferd anzuliegen, weil er ja diesen gewissen Federeffekt hat. Hier wäre es jetzt falsch, wenn man so einen Sattel im komplett ungegurteten Zustand beurteilt, vor allem wenn man Pferd und Reiter nicht kennt. Deswegen sollte man das in der Regel nie tun oder auch einen R-Plus-Sattelbaum. Dadurch, dass die diese riesen Glocke vorne haben, wenn die angegurtet werden, sacken die gefühlt nochmal so einen Zentimeter ab in etwa und haben dann dadurch ein ganz anderes Bild oder liegen dadurch ganz anders auf dem Pferd, als wenn man die einfach nur so drauf legt und dann sagt, super toll oder super nicht toll. Deswegen immer ganz wichtig, wenn ein Sattel beurteilt wird oder wirklich eine Sattelbeurteilung zustande kommen soll, muss man den Sattel auf jeden Fall angurten. Ganz, ganz wichtig. So, nächste Frage von Katsanki. Mich würde es mal freuen, wenn ihr was zu den verschiedenen Arten einen Sattel zu Gurten erklärt. Standardmäßig wird bei uns immer erste und dritte Strippe gegurtet. Habe aber gehört, dass anders Gurten eventuell Rutschen-EDC des Sattels verhindern soll. Also da ist es auch so, man muss halt immer auf das Pferd eingehen und sich die Gurtlage anschauen. Ich empfehle dazu einfach immer den Sattel mal aufs Pferd zu legen, am besten ungegurtet, mal fünf, sechs Schritte nach hinten zu gehen und euch mal das Pferd anzugucken, wo denn das Pferd den Bauch hat und wie der ausgeprägt ist. Denn dann sieht man ganz genau, wo die Gurtlage des Pferdes ist. Es ist nicht immer so, wie es früher war, dass man sagt, eine Handbreit und dann da muss der Sattel liegen. So, das wäre der Idealzustand und das, was man gerne hätte. Aber es gibt einfach Pferde, die super dünn sind und super schlank sind und fast keinen Bauch haben und der Bauch dann quasi nach hinten so ausschweift, sage ich mal. Da bei den Pferden ist es oft so, dass die Gurtlage sehr, sehr weit hinten ist. Und da redet man teilweise von zwei Handbreiten hinterm Ellenbogen und das ist schon wirklich viel. Und wenn man jetzt einen Sattel hat, wo die Gurtstupfe ganz vorne sitzt und man gurte den dann an und man sich aber mal das ganze fünf bis zehn Schritte weiter von hinten anguckt, sieht man teilweise, dass so eine kleine Wölbung, wenn jetzt hier der Ellenbogen ist, und so eine kleine Wölbung ein bisschen weiter hinten erst stattfindet. Und da ist eben die Gurtlage des Pferdes. Und dann müssen in dem Fall die Gurtstufen des Sattels auch so ausgerichtet sein, dass sie halt wirklich perfekt in die Gurtlage fallen. Weil sonst hat man bei solchen Pferden das Problem, dass es den Sattel immer nach hinten zieht. Und genauso ist es halt andersrum, wenn du halt ein Pferd hast, das super dick ist und der Bauch bis nach vorne geht, hier der Ellenbogen ist und der Bauch bis nach vorne geht, da ist dann einfach die Gurtlage wirklich ganz press vorne dran. Und da kannst du nicht viel gegen machen. Man kann dann zwar mit Gurten arbeiten, die quasi so einen leichten Schwung haben in sich und dass der Gurt so ein bisschen am Bauch vorbeigeht, aber trotz alledem ist es bei so einem Sattel dann super wichtig, dass die Stupfen halt sehr weit vorne sind. Und da würde ich dann auch auf quasi Stupfe 1 und 3 gehen dann in dem Fall. Es gibt da bei Satteln mit drei Gurtstupfen. Da kann man dann dementsprechend immer ein bisschen gucken, welche nimmt man jetzt. Aber es gibt da keine Patentformen für. Man muss sich das wirklich immer vom Pferde-Typ zu Pferde-Typ unterschiedlich anschauen. Und je nachdem, was man halt für einen Gurt hat, kann man da auch nochmal ein bisschen gegenwürgen oder so ein bisschen gegensteuern. Nächste Frage von Schlüter Christina. Ich weiß nicht, ob ihr dazu schon ein Video gemacht habt, aber ich interessiere mich sehr für das Handwerk an sich. Ein Video, wo verschiedene Werkzeuge genau beschrieben werden und vielleicht eine kurze Vorführung würde mich sehr freuen. Selbst wenn es nur um die verschiedenen Messer geht oder auch um deren Instandhaltung bzw. das richtige Schärfen von Messern. Ich schärfe meine Messer immer stumpf. Auch fände ich eine Beschreibung des Materials, also das Leder, interessant. Welche Eigenschaften muss ein Leder für gewisse Aufgaben, zum Beispiel Erfüllung, erfüllen und warum? Also wenn euch das wirklich interessiert, weil das ist jetzt, kann man nicht einfach mal so schnell mit ein paar Sätzen abhandeln. Wenn euch das wirklich interessiert, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Da können wir gerne mal ein Video machen, wo wir auf die Werkzeuge eingehen, mit denen wir hier tagtäglich arbeiten. Das können wir dann noch ein bisschen aufsplitten, so mit den Werkzeugen, mit denen ich unterwegs arbeite. Das ist natürlich teils das Gleiche wie in der Werkstatt und dann eben auch das, was wir hier in der Werkstatt so verwenden. Da würde ich dann eben meine Mitarbeiter mit hinzuziehen, die wirklich mittlerweile, klar, tagtäglich damit arbeiten, weil ich habe das früher auch alles gemacht, aber bei mir hat sich das Aufgabenfeld einfach so ein bisschen verlagert, weil ich ja mehr unterwegs bin und meine Mädels sind in der Werkstatt. Und wenn euch das wirklich interessiert, dann schreibt es gerne unten rein. Können wir gerne mal ein Video dazu machen. Gut, nächste Frage von Jule Mielig. Hallo, super Videos. Du gibst dir viel Mühe und vermittelst so viel Wissen. Erstmal danke dafür. Frage, ich habe einen Sommerdiplomat mit ungleichen Kissen. Eins ist größer. Was kann man tun? Also, das ist natürlich so ein bisschen Worst Case, was da eintritt. Erstmal muss man gucken, ob das Kissen wirklich größer ist als das andere oder ob er sich nur vom Polster ungleich gesetzt hat und dadurch ungleich aussieht. Also, je nachdem, wo du herkommst, würde ich dir empfehlen, einfach mal zu einem Sattler zu gehen oder einen Sattler drüber gucken zu lassen. Denn nur weil das Kissen ungleich aussieht und das eine größer als das andere erscheint, muss es das nicht unbedingt sein. Wenn der Worst Case natürlich hier eintritt und das wirklich der Fall ist, dann muss man diese Kissen austauschen und muss dann quasi beim Hersteller direkt entweder zwei neue Ordern, die komplett gleich sind, oder eben nur eins, sofern sich das realisieren lässt. Denn bei dem Zuschnitt von so einem Sattelkissen wird das immer aus der Lederhaut rausgeschnitten. So, wenn man jetzt natürlich ein Teil aus einer Haut erwischt, das sehr weich ist vom Leder, also mehr aus so einem Halsteil, da ist das Leder viel weicher und kann sich viel mehr ziehen und dehnen, als wenn es direkt aus einem Rückenteil rausgeschnitten ist, wo das ganze Leder in sich ein bisschen fester ist. Wenn das natürlich passiert und das Kissen sich ungleich gezogen hat, dann muss das auf jeden Fall ausgetauscht werden und man sollte das auf jeden Fall tun. Oder wenn man sagt, der Sattel ist schon sehr alt, das lohnt sich nicht mehr, pipapo, dann müsste man mit einem Pad arbeiten, wo man den Sattel so weit stabilisiert und ausgleicht, dass es zumindest unten beim Pferd so gleich wie möglich ankommt. Aber wie gesagt, ich würde es erstmal von einem Sattler vor Ort checken lassen. Nächste Frage, legendarylily78. Hallo, würde gerne dieses winteren Pad bei euch bestellen. Eine Frage vorab, muss unter dem Pad unbedingt eine Satteldecke liegen oder kann man es auch direkt auf das Pferd legen und dann den Sattel drüber? Bei Easy-Ritern, die Easy-Riter sind hinsichtlich Sattelunterlage ja immer eher minimalistisch. Danke für eine zeitnahe Rückmeldung. Also du musst da keine Schabracke drunter legen, aber die winteren Pads, die haben unten so ein Stoffgewebe. Das müsst ihr euch so vorstellen, das ist quasi ein Stoff mit ganz vielen Löchern drin. In der Mitte sind so ganz kleine Kunststoffhärchen, nenne ich es jetzt mal, die vielleicht einen Millimeter nur lang sind und dann ist diese gleiche Schicht nochmal oben drüber. Dass es so quasi ein bisschen atmungsaktiv ist. Und da kann sich halt super viel Dreck absetzen. Also man kann das machen, ja, aber dann kann man es wahrscheinlich gefühlt einmal die Woche in die Waschmaschine hauen. Geht bei den winteren Pads ganz gut, weil der Bezug sich abnehmen lässt. Aber ich glaube irgendwann, wenn du das einmal die Woche wäschst oder mindestens alle zwei Wochen oder alle vier Wochen, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil sich da sonst viel zu viel Dreck absetzen kann, weiß ich nicht, wie lang der Bezug das mitmacht. Also da kenne ich mich jetzt auch noch nicht so gut aus, wenn es im Jahr gefühlt 52 oder 26 Mal gewaschen wird. Irgendwann ist das Ding wahrscheinlich auch hinüber. Deswegen würde ich da schon empfehlen, einfach eine dünne Decke noch mit drunter zu legen oder ein dünnes Sattelpad oder irgendwas in die Richtung. Aber man kann es auf jeden Fall ohne benutzen. Technisch geht das schon. Frage von Chiara. Macht das Ölen hellbrauner Sattel über die Zeit dunkler, kann man einen hellbraunen Sattel auch richtig pflegen, ohne dass der dunkler wird. Also es ist tatsächlich schwierig, denn gerade so ein hellbraunes Leder kriegt ja auch Patina mit der Zeit. Sprich, das wird so oder so dunkler. Weil einfach der ganze Dreck und der Schweiß und alles mögliche sich in den Poren des Leders absetzt. Das würde nur dann gehen, wenn du gefühlt so ein Leder hast wie ein Autoleder oder ein Leder, wo die Poren fast komplett geschlossen sind, dass sich da gar nichts drin absetzen kann. Sprich, dann haben wir aber auch so eine mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, fast Plastikschicht über dem Leder. Also ein bisschen nachdunkler wird es immer. Man kann natürlich mit bestimmten Lederfetten da ein bisschen gegenarbeiten. Also sprich, gegenarbeiten im Sinne von, man kann den Sattel pflegen, ohne dass er viel dunkler wird. Aber minimal wird er immer dunkler. Aber ich habe auch gesehen, oder bei unseren Sätteln, oder nicht bei unseren, bei einem Stüppensattel zum Beispiel, ich habe den in Cognac-Farben bestellt, dubliertes Leder, ich habe den eingeölt, dann war er, ich würde mal sagen, am Anfang richtig dunkelbraun und das zieht dann wieder ein bisschen nach mit der Zeit. Also der ist jetzt wieder aktuell schön Cognac-Farben. Also hat eine wirklich schöne Farbe und ist nur minimal dunkler als vorher. Aber im ersten Moment, ja, sah der Sattel wirklich fast dunkelbraun aus. Wenn man den Sattel ölt, wird er immer erstmal dunkler, weil das Leder ja viel mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Und wenn ihr aber den Sattel nur fettet, dann ist das nicht so stark. Und auch wenn er dann ein bisschen dunkler wird, wird er nach zwei bis vier Wochen definitiv wieder heller. Aber ganz vermeiden, wenn man den wirklich pflegen möchte, lässt sich das nicht. Nächste Frage von S.W. Wie viel und wo polstert man bei Muskelatrophie und Senkrücken? In Klammern Schwung. Kann man so pauschal nicht beantworten. Also A ist es wichtig, dass du einen passenden Sattel hast, beziehungsweise dass der Sattelbaum ideal zum Senkrücken des Pferdes passt. Weil wenn du ein Pferd mit Senkrücken hast und einen kerzengeraden Sattelbaum, das ist schon mal so der erste Fehler in sich. Denn das geht dann technisch kaum. Also du brauchst schon einen leicht geschwungenen Baum. Und ich würde dann immer gucken, wie verhält sich das Pferd, wenn der Rücken leicht aufgewölbt ist und würde danach polstern. Meistens brauchen solche Pferde ein bisschen mehr Füllung über die Mitte hin. Und ich gucke immer, dass ich da eine sehr weiche Wolle nehme, die einen hohen Viskoseanteil mit drin hat. Also eine Wolle, die in sich zwar, wo man ein bisschen Festigkeit reinpolstern kann, aber die in sich immer schön weich bleibt. Auch wenn da mal ein bisschen mehr reinkommt. Aber pauschal kann man das, finde ich, immer schlecht beantworten. Man muss es sich halt im Einzelfall angucken. Nächste Frage von Julias Leben. Welches Öl benutzen Sie? Also wir nehmen bei uns hier eigentlich immer das Lederöl von EFAX EFOL. Finde ich am besten, komme ich am besten mit zurecht. Und vor allem, es stinkt nicht und riecht sehr gut. Nächste Frage von Nora. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, ob ich Nubukleder genauso pflegen darf. Vom eigenen Sattler wurde mir gesagt, dass es nicht mal nass werden dürfe. Ein anderer wiederum, dass Ölen und Sattelseife kein Problem ist. Ich das Nubukleder aber ja nicht fetten dürfe. Bei mir sind sowohl Sitzfläche als auch Pausche aus, schätze mal, Nubukleder. In Klammern Dolber El Campo. Also grundsätzlich ist Nubukleder ja nichts anderes als ein angeschliffenes Leder. Das ist einfach die Oberfläche des Leders angeschliffen. Und dadurch hat es diesen, ja, ich sag mal, so ein bisschen Wildleder-Look. So sagt man ja umgangssprachlich dazu. Ölen könnt ihr das auf jeden Fall. Wenn ihr da eben Fett drauf macht, dann würdet ihr die Oberfläche so ein bisschen zukleistern. Das wird mit der Zeit eh so ein bisschen glatter. Man kann das mit einem ganz, ganz feinen Schleifpapier, kann man das wieder so ein bisschen aufrauen. Oder man geht mit einem Filz drüber und reibt den Sattel so ein kleines bisschen ab. Dann kommt dieses Nubukhaftige wieder so ein bisschen zum Vorschein. Aber man kann da mit Wasser dran gehen, man kann da mit Lederöl dran gehen. Man muss es ja auch ein bisschen pflegen, weil das Leder an sich ist ja das Gleiche. Das ist einfach nur die oberste Schicht, das angeschliffen. Und umso mehr Dreck, Schweiß oder halt auch irgendwie in der Art und Weise Fette da drauf kommt, umso mehr wird die oberste Schicht quasi so ein bisschen verschlossen. Es wird wieder glatter und man hat nichts mehr von dem Nubukleder. Also wie gesagt, man kann es ein bisschen anschleifen, wenn das zu glatt geworden ist, dann kriegt man den Effekt leicht wieder. Aber ansonsten ist es ein ganz normales Leder auch. Manche Hersteller, ich weiß jetzt ad hoc nicht aus dem Kopf welche, da wo es Nubukleder an und für sich heißt, nehmen aber auch einfach nur eine Mikrofaser, habe ich auch schon mal gesehen. Dann wird es natürlich nichts mit der ganzen Pflegerei. Aber vom Grundsatz her kann man ein Nubukleder bis auf das Fetten, fast ganz normal, Fetten wie jedes andere Leder auch. Also nicht Fetten, pflegen wie andere Leder auch. Nächste Frage von Christine Bonne. Ich würde gerne wissen, ob Baits oder auch Vintec für Pferde mit hohem Widerriss und geschwungene Rückenlinie geeignet sind. Also ich weiß zumindest, dass es von Baits ein extra VS Modell gibt für einen extra hohen Widerriss. Das ist der Baits All Purpose Highwither. So heißt er, denke ich. Der kam, glaube ich, vor einem oder anderthalb Jahren raus. Da ist standardmäßig dann das grüne Kopfeisen drin und der hat hinten ein extra dickes Kissen, also der hat eine extra Futterzugabe. Ob es den jetzt von Vintec auch gibt, weiß ich nicht genau. Aber ich hatte den mal da und der hat auch wirklich gut funktioniert. Also das war wirklich für Pferde mit hohem Widerriss, ja, kam ich gut mit zurecht. Für geschwungene Rückenlinien geht grundsätzlich auch, weil man bei Baits und Vintec über das Care-System mit diesen Riser-Platten arbeiten kann und man dann dementsprechend in der Mitte einfach ein bisschen mehr reinmachen kann oder muss. Man muss es sich natürlich immer, wie überall im Einzelfall angucken, ist es dann wirklich so geschwungen, das Pferd, dass der Vintec und Baits überhaupt noch Sinn macht, weil die vom Grundsatz her ja eigentlich eher ein bisschen gerader sind vom Baum. Aber es ist machbar. Nur man muss halt darauf achten oder gucken, wie stark der Schwung im Rücken des Pferdes wirklich ausfällt. So ad hoc kann man das nicht beantworten. Ja, das war es dann auch wieder mit unseren Fragen. Ich hoffe, ich konnte das ein oder andere klären. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne da unten reinschreiben. Wir haben uns nämlich jetzt überlegt, wir machen so ein Frage-Antwort-Video alle vier, alle sechs Wochen mal und ich würde dann immer die Fragen aufgreifen, die unter dem letzten Frage-Antwort-Video drauf waren. Natürlich gucken wir auch so ein bisschen bei anderen Videos, aber wenn euch das wirklich irgendwas brennend interessiert, dann ist hier unten euer Platz. Ihr könnt die Kommentarleiste voll machen und wir lesen uns das alles gerne durch und dann sehen wir uns zum nächsten Frage-Antwort-Video in vier bis sechs Wochen. Je nachdem, wie viele Fragen wir zusammenbekommen, wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020